Komm, gleich Hardcore hier hoch. Oh, der kann hier reinhüpfen. Seit wann das denn? Ne. Ja, sieht aus, als wenn es nach rechts gehen würde. Was Neues? Question Marks? Komm schon. Nein? Gut. Oh, das ist bei dem Schatzspiel, ist das gut. Da ist das in Ordnung. So, wir gehen erst noch hoch in den Shop. Auch wenn da wahrscheinlich Creed auf uns wartet. Das ist so ein Raum, der nervt. Lass mich da hin jetzt. Boah. Ja, ich könnte das Ding mal ein bisschen füllen jetzt, ne? Wenn ich noch genug Münzens hätte. Habe ich's aber nicht. Wäre jetzt auch sehr langweilig. Na, ich geh zum Raum. Ist das Marm? Ja, ist das Marm. Oh, der bringt mir auch nix, der bringt mir auch nix. Sprengen will ich so nicht, wegen dem Angel-Deal. Ich hätte genug Münzen. Ach, ganz ehrlich, scheiß drauf. Hier noch was Schönes drin? Ne. Och ne, jetzt liegst du da direkt vorne dran. Er hat mich schon getroffen. Oh, fuck. Isaac! 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 Ah! 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 Warum Devel Deal? Warum Devel Deal? Bin ich nicht. Warum bitte? Verstehe ich nicht manchmal. Okay, hier geht es schon mal nicht lang. Dann oben rum. Komm schon mal. Komm schon mal! Komm schon mal! Komm schon mal! Komm schon mal, die Welt zum Beispiel. Komm schon mal. Dann wo sie auch probieren! Komm schon mal, die Welt zu leben! Komm schon mal, bis jetzt hier zusammen! Wenn ihr das zonen! Das ist doch scheiße, dass da jetzt ein Devil-Deal kam. So zur Sicherheit raus. Curse Immunity. Das ist nice. Aber ein Evil-Up, ne? Das beeinflusst auch Devil-Engine-Deals, glaube ich. Hier geht's auch nicht lang. Oh, da geht's gut unten rum. Oh, da geht's gut. Der Damage könnte auch nur ein bisschen höher sein. Ist er bei Norden? Kann man mitleben, ne? Ich hoffe, die treffen mich hier nicht. Natürlich gibt's jetzt keine Angel-E. Das war ja logisch. Ich sehe es, komm, ich spiele gut durch und bin schon wieder auf Dings angewiesen. Da ist ein Würfelraum. Was macht denn da ein Würfelraum? Okay. Ich sehe es, okay. 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 was haben wir hier ich hab ja schon ein bisschen unnötig deswegen bin ich jetzt hier hin ich habe ich weiß jetzt wer der Boss, ich hab nicht genau geguckt Mist was haben wir hier, Stars, auch nichts Energy, dreimal das könnte da seine sein danke ok ich nehme meine Scherer ohne wieder so warte mal kurz so 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 entschuldigung was haben wir da für einen Würfelraum ne ist unnötig so wir sind beim Arm hier nochmal testen so oh ich hab mich fast genommen ganz sauer kann ich ihm auch führen? 4, ja er bringt aber nichts ich weiß nicht mach doch schön deinen Laser da ist da oh es gibt was tolles oh jetzt muss ich aber erstmal das ist halt kack hier ne jetzt muss ich hier blöd ausweichen ah der hat mich getroffen sterbte Pussy gut schnell raus ja ok so Megasatan ist drin jetzt nur noch die Chest überleben äh die Kathedrale überleben da unten gehts wohl rechts rum oh es ist so ein assi Ding hier echt vorsichtig sein ja oi 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 ist hier noch irgendwas? das hier so erstmal ein großer Kopf das war es gleich oder? wo ist der hingeflogen? gut so 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 ich den auch hasse nicht einfach diese random kacke nein dieses mal nicht sterben jetzt du musst ich geh zur sicherheit nochmal raus und wieder rein 2 2 ok ja ich brauch ja mein Geld sonst für nix warum nicht? nur ne dumpfuna Trollbaum betreffen lassen jetzt ne? gibt wahrscheinlich ein HP ab aber ist ja egal oh 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 das ist nett Cancer vielleicht? oh das ist auch nett oh das ist auch nett oh so ah da war noch ne Bombe kacke ich schätze mal es geht da runter ne? da unten entlang haben wir nicht umsonst den Kompass mitgekauft noch mal was neues question marks? hm nett kannst du machen Lattgloff war gar nicht schlecht sehe ich gerade das macht auch die Tränen ein bisschen größer ne? anscheinend und ein lockup noch so sehr schön vielleicht vielleicht kriegen wir ja mal noch ein schönes item ich glaub wir noch nicht dran aber so jetzt erstmal den hier töten wird schon schwer genug oh stimmt ich hab ja noch ne Body ne? trotzdem kann ich gebrochen werden ooooh uuuuuh uuuuh 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 Wichtig. Dann zieh ich ab. Ich mach echt nicht viel Damage an dem. So, jetzt haben wir Chera. So, Kaffee ist leer. Ein guter Mann kann kommen. Flaming Tears. Kacke, Kacke. Das ist nice. Denken wir jetzt aber auch nicht viel. Lass das auch Kacke. 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 Also Flaming Tears ist nämlich nicht mit. Das hier. Freeroll Starts. Ganz ehrlich. Kann ich auch nicht machen. Das sieht ja echt gut aus. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Das hier, ne? Und dann Mega Satan. Boah. Das war mal eine schlechte Ausbeute aus 8 Kisten. So, was soll ich machen? Ich muss ja. Da macht er direkt sein Mega Blast. Ich glaub's ja, ne? Das ist ja, ne? Das ist ja, das ist aber schön. Das ist ja, das ist. Das ist ja, das ist ja,- ... ... ... ... Hey Lass mich ein weird expo Nach eben kommen die vier schon, ne? Ne Ich bin auf dem Ich hab mich getroffen Ich bin auf dem Oh, man. Okay. Jetzt hoffe ich, dass meine Rage reicht. Ich sehe es nämlich nicht. Oh, mein Herz vibriert gerade. Oh, mein Herz vibriert. Und ist doch leer. Oh, mein Herz vibriert. Oh, mein Herz vibriert. Aber wenn, dann mache ich den jetzt fertig hier. Zum Glück war meine Range groß genug. So, und jetzt heißt schönes Item, Damage oder Shotspeed bekommen. Und dann, äh, wie heißt's? Boss Rush. Ich würde eigentlich gar nicht in die Mitte kommen. Du musst halt immer gucken, dass du ein schönes Item bekommst am Anfang. So wie das hier. Und dass du immer schön... Du musst halt... Du darfst dann halt erst spielen, wenn er Holy Mantle hat. Das ist halt wichtig. Wenn er Holy Mantle hat, musst du halt... einfach gucken, dass du... Boah, siehste? Das war fett. Und das war auch gut. Du musst schnell sein. Ist das XL? Das ist XL direkt. Das ist ja cool. Du musst halt gucken, dass du immer irgendwo draufstehst, wo dich keiner treffen kann. Ha, klar, hab ich gesagt, was geht da? Ich bin auch schon oft verreckt heute Abend. Also... Aber du hast ihn ja schon mal freigespielt. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, okay. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Nicht einfach einen Button halten. Ey, die Fliege, die ich jetzt bekommen habe, die ist komplett unnötig. Boah, mit zwei so Nervsäcken hier. Das muss ich jetzt eigentlich erstmal machen. Oh, oh. Boah. Ist der zweite tot? Der zweite ist tot. Gut, die weg. Alles manuell, ja. Das ist kacke. Ja gut, bei mir ist auch manuell, aber ich muss ja nur noch lang halten. Fett. Und nächster Boss. Oh. Fies. Uiuiui. Uiui. werden jetzt schön warten gut fett du willst du mehr gut razor blade nämlich nicht mit das wäre mein tod und weiter namen krean 08 15 grüß dich so er ist unnötig post rushes angesagt wer ist da wer will der herzen schatz wird es fett und das mit holy light holy shot super bin dabei könnte was geben für den boss roth und zucker muss der inkubus ne ist das ich wechsle immer rundenorbitel haben wir auch schon langsamer noch nicht schlecht aber bringt nichts mehr bringt nix ich kann ja nicht getroffen werden. Und ich war noch nicht im Itemraum. Ich bin ja so schnell unterwegs. Das ist ja Katakombs 1 schon. Das erste war ja... Ähm, wie heißt's? Das erste war ja XXL-Ebene. Mit der Klassiker? Nein. So. Oh, stimmt. Kostet ja nix. Chaos? Naja, mit Lost bringt's leider nix. Stimmt. Chaos? Jetzt hier? Ich krieg eigentlich alle Devil-Deals und so. Warum soll ich Chaos nehmen? Krieg das je alles umsonst? Ich nehm keinen Chaos mit. Ich nehm hier nix. Ich behalte mein Store-Credit. Jo, auch in Ordnung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem und Moms-Pet? Ist doch beide ein Mars-4, oder? Beides ein Mars-4. Das hier hat drei Aufleidungen. Das andere auch drei, oder? Ist einer ein längerer 4, oder so? Ach, das ist versteinert. Okay. Ne, musst du ein bisschen aufpassen. Ich mag hier auch beide mit. Aber ich mag jetzt halt keine andere Möglichkeit. Besser als hier das Ding behalten. Aber da stand doch Mars-4, oder? Naja, wir können es ja gleich nochmal... Ich hab keine Schlüssel. Warum habe ich keine Schlüssel? Hallo? Toll. Ich habe Schlüssel. Sechs Minuten, ja. Sieben Minuten. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um, ne? Mars-4. Okay. Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir nochmal ein Protest-Item bekommen. Ich hab's vor, zweimal Final Fantasy zu machen. Ja, aber... Mal gucken. Ich hoffe erstmal, dass ich gesucht bleibe. Das ist das Wichtigste erstmal. Oh ja, dann nehmen wir mit. Two of Spades. Schade. Danke schön für den Follow. Ich hoffe, man versteht mich. Ich hoffe, ich hab's leise genug eingestellt. Good girl, bad mind. Dankeschön. Es freut mich sehr. Nämlich nochmal Holy Shot rein. Ah, direkter Holy Shot geht natürlich vorbei. Vielen Dank nochmal für den Follow. So, und wir bekommen noch... Jetzt sehen wir es gleich. Ah, jetzt hab ich ja... Scheiße. Nicht am Dienstag. Okay. So, jetzt gehen wir weiter. So, dann eben nicht am Dienstag. Da hast du recht, wenn das da rauskommt. Viele YouTuber haben's ja schon. Streamer auch. Ich will mich da aber auch nicht spoilern lassen. Ich warte auf die PC-Version. Vorher gucke ich mir das nicht an. Ach, wie gut das geht. Dreh um. Dann kann man doch nochmal so schön lenken. Das ist unnötig. Okay, weiter. Hallo. Das brauch ich nicht. Was haben wir hier? Map. Ich wurde hoffentlich nicht getroffen. Ich hab nicht aufgepasst. Okay, no. Oh, okay. Ist ein Melee noch reingegangen, ne? Ach, da ist noch einer. Shit. Das letzte ist blöd. Endlich. Und ne Joker-Karte, das wollte ich doch. Scheiß auf Strength, ganz ehrlich. Aber ist das schon... Ah, Stats 1, okay. Das ist unnötig. Komm, bisschen Risiko. Hallo? Shotspeed halt kacke jetzt, ne? Ich hätte es nicht machen sollen, aber das ist halt zu verloblich. Wo ist er? Da. Bombser-Keys? Ja, das ist aber unnötig. Sich der Boss scheiß. Mir ist egal, was drin ist. Ich hoffe auch, dass noch was Gutes drin ist, aber... Damage ist real, ja, aber ich bin eher der Shotspeed-Typ. Nicht Shotspeed, äh, wie der Devil immer so schön sagt. Tier Raid. Aber die ist auch trotzdem... Dafür, dass es Polyphemus ist, ist es halt immer noch riesig, ne? Ich kann eigentlich jetzt schon Joker nehmen. Scheißegal, ob es kommt oder nicht, ne? Komm, ich nehme jetzt schon Joker. Joker. Schade. Boah, warum ist der denn so weit rübergekommen? Damage ist real, das stimmt wohl. Oh, yes. Super. Alles richtig. So. Okay. Ne, ich mach das jetzt nicht. Ich hab so viel... Ja, uff. Das war mehr Glück als Verstand. Nein. Nein. Ich bin mir nötig. Ich bin mir nötig. was gibt es joker das bringt mir null ich nehme es halt mit damit keine ähnliche mehr kommt aber nein Nein. Ich fände doch irgendwoher den Raum, ne? Hehe. Nee. Und es gibt... No, Mann, fliege. Toll. Oh. Der hat mich getroffen. Mein Popf. Vergiss es. So, Mami. Da waren wir schon drin, ne? So, Boss Rush. Kacke. Einigermaßen. Oh, pff. Der Rune Bag, ne? Der Rune Bag. Vielleicht troppt ja während dem Boss Rush eine Elge's Rune. Da ist Frail noch dabei, direkt. Mit den Dads. Am besten gleich sterben. Den lassen wir mal. Oh, ich bin hier mitten drin, das Kacke. Ah, der Gisch. Gisch weg. Gisch weg. Da ist noch einer. Da ist schon mal eine Rune gepoppt. Da ist eine Elge's. Das wäre natürlich Weltklasse. Hätte ich nicht machen sollen. Jokerkattel, lass uns mal stehen. Wer ist denn da eigentlich noch? Guck mal da. Nein, 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 nein. Du hast eben bei Megasartan schon nichts drauf gehört. Oh, der ist auch gar nicht tot. Yes! Elge ist rein, super. Und jetzt schön daggern. Hallo. Oh, der ist ein Gun. Hm? Oh, der ist. Ah, bleib doch da. Bleib doch da, Junge. Den habe ich noch nicht getroffen, ne? Ich habe nur ein bisschen Angst vor Bloat. Schade. Oh, der ist echt real. So, Maski. Gut. Aber zwei von denen ist Können. Okay, genau. Warum habe ich eigentlich nicht... Warum habe ich vorhin... Ach, das war kackig von mir. Das ist Death, ne? Scheiße. Warum habe ich vorhin eigentlich nicht Space gedrückt bei der Elge ist wohl nicht Death. Dann hätte ich noch eine jetzt. So blöd, echt. Das war echt selten dämlich. Yes! Lost durchgespielt. Fett. Godhead! Leute, Godhead. Godhead ist dabei. Oh, ist das toll. Hey, was? So. Wir können Godhead finden. Und da wir mit Keeper eh keine, äh, Dingeskirchen machen können. Jetzt spielen wir den Run aber noch schnell fertig. Dankeschön. Ging ja schneller als gedacht. War aber auch riesiges Eizunglück, muss man ja sagen. Äh, World. Super. So. Warum? Hast du noch keine, äh, 1001%? Oder wie war ich das früher? Oh, ich wäre so da. Scheiße. Ja, so ist es. Klingt halt auch schon gut los, ne? Mit Holy Light. Ja, wir könnten den eigentlich hier... Och, oder so. Mehr Glück als Verstand, dass der mich nicht getroffen hat, aber... Digga, es ging mir auch gar nichts. Joke-Karte könnte ich eigentlich noch nehmen. So. Oh, lässt sich dann entspannt spielen jetzt. Lost durchgespielt. Sehr fett. Ja, du. Ich hab das ja auch schon... Keine Ahnung. Ich guck mal auf mein Steam-Dings. Ich glaub 800 Stunden oder so jetzt gespielt. Äh. Ich hab keine Bomben. Nice, hat er bloat. Sterbenbewusst. Yes. Das hier, ne? Da waren wir schon drin. Gut. Weiter. Das kommt wieder Zeit. Ich hab auch... Ich hab... Wenn du mal hier den Kimiko fragst, der glaub ich schon den ganzen Stream dabei ist. Ich hab um neun angefangen. Bis um elf... Nix... Kein Land gesehen. Und dann... jetzt geht's so langsam. Jetzt geht's so langsam. Ah, der ist gebrochen hier. noch was schönes schade gucken wir mal noch mal ein schocker die zieler ist ja im traum und eine sackgasse fehlt auch mega satan bei loss und hasch und lamp bei keeper also sieht es bei mir auch ungefähr aus der hat jetzt alles aber keeper fehlt mir noch ein bisschen mehr also tier saß dass es halt ihm war kann trotzdem sterben das ist halt hier nie gesagt jetzt hat noch cancer das wärs die 150er lose streak das guck dir mal auf youtube meine bei meinem ersten 1000 1 prozent soll ich weitermachen ach scheiß drauf die habe ich eine playlist extra gemacht weil ich die normalen trinkst nicht die ganzen keeper und lost fails nicht in 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 reinpacken wollte in die normale isaac playlist weil ich zu weil es mir zu wie sagt man zu feinlich war habe ich eine extra loss und keeper fails playlist gemacht da oben ist noch was das war das war noch sehr viele leute lustig muss ich sagen ich weiß nicht warum sie fanden es lustig das ist natürlich ganz wichtig jetzt so mami aber ich könnte ja ich könnte ja noch mal gucken das ist ja wahnsinn gibt ja nur items hier oh das treppe vielen dank für den follow ich habe keinen schlüssel ich muss jetzt schlüssel sammeln ne guck mal instant death so macht es spaß und den spenden wir noch ein bisschen ist eigentlich unnötig dass ich hier noch weiter spiel aber macht es so spaß ah siehste das ist doch gut macht es so spaß mit dem bild mit lost da nehmen wir auch mit ist dummisch habe ich hab ich hab ich hab äh capi's tail ne im mit capi's tail kriegse alle nur kisten da könnte jetzt mal schlüssel drin sein das ist hier nett but ich weiß jetzt auch wurscht ich mach einfach Wenn man Isaac spielt, sagte Behinderte Wolke, sagt das Treppe sehr einfallsreicher Name. Hallo Behinderte Wolke. Wenn man Isaac spielt und einen guten Lootrunner hat, sollte man schon so weit spielen, wie man kann. Ja gut, aber das stimmt schon, ich mach's ja auch. Aber das ist halt die letzten Züge und ich würde halt, wichtiger wären mir halt die 1001%. Aber morgen Abend ist ja nochmal ein Stream. Vielleicht reicht's ja morgen Abend schon. Ich glaub's zwar nicht, weil man muss ja dann noch ein paar Items farmen, so. So, komm. Oh, der hat mich gebrochen. Kleiner Arsch. Tschüss. Behinderte Wolke find ich aber auch recht geil. Wie kommst du denn auf so einen Namen? Ist ja super. So, ich hab leider nur zwei. Hallo. Warum? Für den Spaß. Nehmen wir den Scheiß jetzt hier mal mit. Gucken wir mal. Boah. Boah. Ich fängst da einfach nur so durch. Äh, warum konnte ich den aufmachen? Wo hab ich den Schlüssel her gehabt? Okay, können wir mitnehmen. Damn. Sehr geil. Ah, da ist wieder ein Schlüssel. Ich könnte ja nochmal Joker-Karte ziehen. Und wieder ein Item. Und noch 4-Shot. Weltklasse. So, gehen wir mal zurück. Machen wir das Ding noch auf hier. Wir haben ja wieder einen Schlüssel. Oh, ne Fliege. Unser Belzebub sind wir auch noch. Und haben 990 Bomben. Boom. Boom. Nur Passage gibt's hier nimmer. Ja, nehmen wir auf, damit's nicht nochmal kommen kann. Boah, ist das mächtig. Guck mal allein, was mein Sukubus schießt. Der schießt ja nochmal dasselbe wie ich. Das ist ja zu geil. Ja. Sind wir auch noch gegen Bomben immun. Du schießt nicht. Ich hab leider nix. Das war halt fies. Das war halt fies. Das war fies. Was kann ich machen? Ich bin hier rausgekommen. Da stand direkt einer. Und mein Holy Mantle war weg. Ja, holy shot. Jetzt noch Transcendenting Tears. Das wäre natürlich absolut fett. Ich hab' keine Ahnung, den mitnehmen. Ist eigentlich scheißegal. Ich hab' wolken die behindert sind. Und so entstand das. Sehr geil. Tschüss. als nächstgleich muss ich wieder da ist ein schlüssel ja toll da ist der boss man muss es ja nicht ausgaben ja sukobus wie 20-20 20-20 ist leichter zu koordinieren grüße vielen dank für den follow damit ist das hier auch durch warte mal ich muss mal hier ein kleines bisschen ist auch nur ein Stückchen leiser so mit röders auf den Ohren der ist auch durch der ist nur noch Keeper und dann ich weiß gar nicht ich hab natürlich jetzt weiß ich schon beim zweiten Mal dann wusste ich natürlich schon was für was gute Items sind und was nicht ups das ist das ne hier fehlen wahrscheinlich noch einen Haufen wohl hier hab ich nichts mehr hier auch nicht so viele sind es gar nicht doch hier guck mal eins zwei drei drei vier fünf sechs sieben acht stück noch gut aber erstmal halt den Arsch da schaffen irgendwie das wäre halt schon mal wichtig bitte nicht flame ich mach natürlich hier ich wollen aber es ist uns wohl ich kann nicht so schlecht das ist so ein geiles bild und da musst du mit sowas hier anfangen oh oh ey wie hältst du denn haust du denn ne oh jetzt ist der auch noch verbrannt so jetzt aber mal ne münze dann so ein backup münze wäre auch ganz cool und es gibt's wenn ich stehen bleiben kann gut ansonsten unnötig dann 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 wo dann 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 knack sich und klar Klar. Da habe ich Glück gehabt. Das war einfach nur Glück, dass ich da am Anfang rausgekommen bin. Nochmal so ein... Habe ich Champions spelled oder was? Übelste Schiff. Ich hasse das. Ich hasse das einfach. Ich hasse den Typen am Anfang. In der ersten Ebene. In der ersten Ebene ist der so hart. Ich war knapp. Das hätte mich sehen, dass er eine Kugel noch getroffen hat. Ja, klar machen wir das. Und? Gut, gut, gut. Passt. Ach nee, ich habe wieder nur 1 AP. Ah, wir sind zum dritten Mal den Fehler gemacht. Kacke. Naja. Ich mache mal weiter. Vielleicht geht es ja doch noch irgendwie. Und nur 1 AP ist ja kacke. So, was haben wir hier? Na, die können wir liegen lassen. Da dürfen wir jetzt ja rein. Ich darf halt nicht gebrochen werden. Eine Shotspeed ist ein bisschen besser geworden. Äh, Tear Raid. Eine Shotspeed. Sorry, Devil. Falls du irgendwie doch zuguckst. Fliege ist, okay. Ja, wie ist die da drüben? Was haben die Fliegen kaputt gemacht? Okay. So, und es gibt einen AP ab? Nein. Auch scheiße. Sondern als jetzt mit einem AP. Ja, das ist mir lieber als das Stalky. Ach, kacke. Wir sind unten reingelaufen. Shit. Mist. Ich gehe da ab und zu mal rein. Das ist eigentlich unnötig, mit dem Keeper da rein zu gehen. Das bringt nicht wirklich was. Auch wenn es jetzt gerade hier da immer so eine Eldersrunde bekommen kann. Okay. Nicht immer ab und zu, wenn ich Lust habe, da gehe ich da rein, dem Keeper. Ach, der Keeper. Dass der Edmund diesen Keeper machen musste. Komm, wir gehen da auch nochmal rein. Vielleicht gibt es hier irgendwas Schönes. Dude. Aufkommen. Ich meine da auch nichts. Dass der Edmund diesen Keeper designen musste. Ich bin mal gespannt, was bei AB Plus, was da los ist. Was da, da muss ja irgendwie diesen Keeper Ed's Char toppen. Total unnötig, ne? Er muss ihn ja irgendwie toppen. Also ich bin echt mal gespannt. was Blöderes kannst du dir eigentlich nicht einfallen lassen. Obwohl er ja doch irgendwie Spaß macht. Er ist halt sehr, sehr, sehr fordern. Der Typ. Außer der Rock drin gewesen wäre, hätte ich weitergespielt. Was fehlt denn eigentlich noch? Dark Floor? Nee, Dark Floor habe ich ja auch geschafft vorhin. Stimmt. Das heißt, wir müssen entweder die Mücke geht hier weg. Entweder schnell machen und Hush Hush mache ich nur, wenn es irgendwie Pretty Flies gibt. Ansonsten kann man das vergessen. Und Mega Satan. Boah. Und den Creed Mod zum Abschluss, ne? Okay, Revelation. Genau. Eines der besten Keeper Items. Little Loki. Ja. Natürlich. Wollte ich jetzt Oh, das ist noch ein XXL eben. Dann bin ich schon getroffen worden. Kacke. Und Explosive Blast. Ja. Gute Nacht. Aber wir probieren es natürlich. Was soll ich sonst machen? Ich habe schon so eine Melee-Wand. Jetzt noch Schiele Tears, bitte. Schiele Tears und dieses Squeezy-Teil. Oh, da ist noch eine Spinne. Hier. Haben wir hier? Die Flashlight. Hallo, Flashlight. Reicht noch nicht ganz. Liegt auch nirgends mehr was rum? Was ist da los? Oh, ich muss da echt drauf passen. Oh, komm, eine Münze noch jetzt. Danke. Flashlight ist nett. Das ist im Prinzip die kleine Stopwatch. Ja, Boss, ne? Zwei Bosse sogar. Direkt hintereinander jetzt. Jetzt entscheidet sich's. Ist denn eigentlich der Damage? Das ist nicht. Tschüss. Nicht jetzt. Ja, auch nicht schlecht. Pin. Hallo, Pin. Oh, fast getroffen worden. Nee, dieses Mal mach ich's nicht. Kannst du vergessen. Kein Bock auf nur 1 HP. Mach das doch im nächsten Raum, Robi. Okay. Boom. 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 Crazy. Crazy Run. Triple Shot, stimmt ja. Macht das jetzt auch noch diesen Bomberman-Schaden da? Nee, ne? Nee, das sah nicht so aus. Nee. Das wäre fies. Nee, nee, die nehme ich gar nicht. Die will ich gar nicht. Das ist halt ätzend jetzt. Okay. Okay. Okay, für Hasch ist das trotzdem nix. Das heißt, wir gucken mal Richtung Mega-Satan, ne? Das ist krass. Ich muss aufpassen. Ich denke da nie dran, dass ich diesen Bomberman-Schaden habe. Das ist so böse. Das heißt, ich muss ja, ich will ja eigentlich nicht hasch machen. Das heißt, ich darf die Devil Deals eh nicht mitnehmen. Ich könnte jetzt, dann könnte man hier ein HP haben. Das wäre halt schon toll. So. So ist natürlich noch besser. Dann habe ich gar nicht die Wahl. Ich brauche eigentlich nix mehr. Ich kann jetzt so versuchen, durchzuspielen, ne? Irgendwie Schutzdinger, irgendwas brauche ich schon noch, aber... hier kommt man dahin. Da kommt man gar nicht hin, oder? Nein. Das war's. Ich kann halt irgendwie dumm drauflaufen. Am besten wäre auch nur eine Karte für einen Boss Rush. Das ist ja ein Traum. Guck dir eigentlich diese Items an. Das ist ja verrückt. Wenn ich drei Stück da liege, hab ich gesagt, ich probier's mal. Das war unnötig. Wäre halt toll, wenn du jetzt noch irgendwie was bekommen würdest. Damit du Hasch machen kannst. Ach so. Die fliegen. Nee. Äh. Aber ich seh ja nicht, wo ich hin muss, ne? Schön ist aber durch den... Ich bin jetzt ein bisschen geschützt. Das heißt... Das heißt, ich könnte hier reingehen, ne? Ich kann da reingehen jetzt. Nee, kann ich nicht. Ich krieg beim Rausgehen auf jeden Fall dann Schaden. Oder? Nee, mit Holy Mantle kann ich da reingehen. Naja, ich mach das erstmal kurz. Oh nee, den will ich nicht sprechen. Grüße, Grüße. Ich kann da reingehen. Hm, krieg keinen Schaden. Top. Ah, was hab ich denn hier gezündet? Wie unnötig. Ja, das ist mir auch alles Wumpe. Das ist noch was. Da oben. So ein kleiner Fuze. Hey, das nehm ich eh nicht mit. Ging's hier rechts noch irgendwo rein? Nein, okay. Das ist natürlich arschig. Okay. Nett. Machen wir auch mal weg. Ich hab weder Shop noch Itemraum gesehen, ne? Okay. Na, ich kann's ja mal sprengen. Nichts. Okay. Nichts. Ich bin sehr langsam. Das ist kacke. Aber ich hab zum Glück Holy Mantle. Okay. Geht auch so. Gott. Und es gibt... Glitterbombs. Zählt das hier auch als Glitterbomb? Geil! Geil! Da kann ich das so lange machen. Da kommen können auch, glaube ich... Da können fliegen alles Mögliche raus. Das ist ja geil. Okay. Da können auch Choker-Karten rauskommen, ne? Das heißt, ich kann das so lange machen, wenn man kein Choker-Dings kommt. Ein bisschen Choker-Karte hat. Dauert zwar ewig, aber theoretisch funktioniert's. Das ist ja geil. Dann spenden wir mal so ein bisschen. Haha! Unfair, sag ich's dann nur. Ja, ohne es zu sehen. Sehr geil. So, das Teil könnte ich auch mitnehmen, aber das war da oben auch nur ne Tür. Ne. Okay. So, jetzt müsste mal so langsam der Boss kommen von Debs 1. Ja, das ist natürlich hart. Selbst der mit einem Dings down. Göttlich. Da ist der erste Angel-Room. Das nehmen wir mit. Speed Up, Size Down ist in Ordnung. Meine Lamp. Warum drück ich da überhaupt? Das könnte wieder ein HP down sein. Lazarus Rex ist natürlich kacke. So, die machen wir erst mal weg. Dass da irgendwas passiert. Ich kann's changen. Ich kann's changen. Wenn, wenn dann jetzt, weil nachher das Ding will ich ja nicht changen. Super. Dann nehmen wir auch mit. Super. Falsche Wheel. Joach, schön, ne? Also, das ist ja mal ein Monster-Item-Glück bisher. Was haben wir hier? Komm. Ist okay. Da darf ich nicht rein. Da können wir jetzt kostenlos aufmachen. Das läuft ja alles hier. Äh. Okay. Rotten Head ist in Ordnung. Dann klingt kein Bob's Brain. Oh, da hätte ich mich fast selbst getötet. Guck mal, da könnte ich sogar mir die Bomben jetzt hier rausschießen, ne? Ist ja geil. Nochmal Pfleges. Es ist so im Bar einfach nur. Das ist so krass. Ich mach's nur, weil's Fliegen gibt. Ich... Ich... Ist ja alles zur Sicherheit jetzt. Wenn jetzt nochmal so ein Klopper kommt. Ey, Bomben sind halt auch unendlich fett einfach nur. Das ist so mächtig jetzt. Guckt euch das an. Wie oft... Guck mal, ich hab's halt jetzt... Ich könnte jetzt ein Monster-Game-Break machen hier. Das ist ja so krass. Mit diesen Kliffer-Bombs auch noch, ne? Beibel. Ganz ehrlich, durch meine Bomben kommen doch eh immer Münzen raus, oder? Oh, nicht immer. Sonst könnte ich einfach die Beibel mitnehmen. Dann hab ich die zwei auch schon mal hinter mir. Fliegen kann ich eh... Fliegen kann ich eh, ne? Ach, ganz ehrlich, nehm ich das mit. Haben wir schon was von gehabt? Ne, gut dann. Ich brauche ja nix mehr, ne? Ich brauche ja nix mehr, ne? Ich brauche mal Polaroid mit. Zu harsch? Boah, ich hab halt keine Orbitals. Das mach ich nicht. Das mach ich lieber nochmal irgendwann anders. Hier muss ich halt ein bisschen aufpassen jetzt mit diesen Splitter-Dingern. Aber ich hab ja zum Glück auch noch Wohli im Händel. Durch die Glitterbombs ist das ja endlos. Ich kann ja endlos bomben und mir Zeugs besorgen. So geil. Oh. Jetzt hab ich mich selbst abgeschossen. Oh, vorbeigeschossen. Tschüss. Tschüss. Sind wir hier? Nee. Ah. Sicher ist sicher. Oh. Guck mal da. Schwarzmagen auch, oder was? Ja. Das ist unnötig. 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 Ja. Das ist unnötig. 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 Ja. Ja, ich wollte noch ein paar Fliegen retten. Und wieder mehr Fliegen. Da noch was. Hier. Getreten lassen. Auch wenn es nicht so schlimm ist mit Holy Mantle. Komm. Komm, komm, komm. Jera. Komm, komm. Yes, Jera. Bercano. Bercano. Wir kriegen jetzt ein Devil Deal? Okay. Warum? Warum? Habe ich nicht ganz verstanden. Warte. Die erste Bombe zerfetzt den schon. Wischen könnte ich eigentlich hier machen? Ist doch Blödsinn. Mit dem anderen brauche ich Sehne. Mann, da gehe ich hier nur zu Mega-Satan. Oder brauche ich sonst noch was? Ne. Answers. Ja, seht ihr mal. Mir ist nämlich ein bisschen falsch gelaufen jetzt. Doch, du kannst gerne Schlüssel haben. Nochmal. Nochmal. Direkt nochmal eine Jera. Und Petro. Sehr schön. Bringt mir alles nichts mehr. Eine Elgis. Das ist ja optimal. Einmal. Ach, scheiße. Erst die Jera nutzen. Destruction bringt mir nichts. Petro. Elgis. Elgis. Petro. Elgis, ne? Und danach nochmal Elgis holen. Für Mega-Satan. Bombe. Oh, der hat jetzt überlebt. Warum soll ich die mitnehmen? Für die Chest? Hallo Xoix. Ich muss ja aber nur Mega-Satan machen. Und mir reicht doch mein Dings. Und dann habe ich doch lieber zweimal Elgis. Einmal für den Boss hier. Und einmal für Mega-Satan. Ich brauche ja gar keine Items mehr. Das ist mein einziges Ziel. Ist ja wirklich noch hier, äh, Mega-Satan machen. Ich weiß, es ist cool. Dann hast du acht Kisten, aber... Ich brauche nur noch Mega-Satan hier. Und Hasch natürlich. Aber Hasch ist ja schon hinten dran. Ja, aber das sollte auch so schnell gehen. Geht einmal hoch noch. Cool. Yes. So. Holen wir uns noch die zweite für Mega-Satan. Ich weiß nur nicht, ob ich sie direkt am Anfang einsetze, weil das wird nicht ausreichen. Pethro wäre halt auch noch cool, ne? Könnte ich halt auch noch mal changen, aber... Wo ist denn die Elgis jetzt? Ja, hier. So, keine Left Hand oder so dabei. Alles gut. Oh, das könnte was werden. Keiner ist doch noch Chaos of the Blind, da nehme ich jetzt bestimmt nichts mehr mit. Mal gehen wir da rein und fertig, ne? Scheiße. Oh, der hat mich schon getroffen. Oh. So, jetzt Elgis. Was ist das hier eigentlich? Nur auf der Eimer ziehbar. Krass. Oh, guck mal. Jetzt schickt er WG noch hinterher. Ja, ja. Sollte machbar sein, ne? Ich sehe es. Ich sehe es. Es ist machbar. Fett. Fett. The Keeper. Ja. Boah. Aber das war natürlich noch ein massives Item. Das muss man ja auch sagen. Mega Blast. So. Machen wir noch einen. Ich meine, es fehlt nicht mehr viel, ne? Es ist alles durch. Es ist nur noch... Hush. Komm, ich versuche jetzt einen Run bis Hush. Wenn das nicht klappt, dann mache ich Ende für heute. Es ist schon Viertel vor zwei. Ich war eine Woche lang krank. Eigentlich soll ich seit zwei schon im Bett liegen, damit es nicht schlimmer wird. Äh. Ja. So Tag 10 oder sowas finden wir jetzt natürlich Weltklasse. Ja. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich nehme Itemräume mit und gut ist. Oh, Tag 10 wäre super. Nein, Bob's Curse ist blödsinnig. Muss irgendwas Tolles sein. Wenn du da hinten sitzt. Hey, Megasatan. Mega Blast. Mega Blast. Mega Blast. Obwohl ich das Item gar nicht so toll finde, ne? Mega Blast. Ich weiß nicht. Also... Ist schon ganz cool, aber lädt halt ewig auf. Nur, dass du dann halt fünf, sechs Räume überspringen kannst und einen Boss töten kannst. Gibt's geilere Sachen. Aber lustig ist es halt auf jeden Fall. Jetzt macht da Speed and Range ab, ne. Ich brauche Shot Speed oder Damage ab, Leute. Ansonsten brauche ich hier gar nicht anfangen. Oder diese Protect Dings da. Wie heißt es mit diesen zwei Pretty Flies auf einmal? Die würde ich auch nehmen. Und es ist... Die Guillotine. Was für Hush auch ganz cool ist, ist dieses Item... Dieses Kopfab-Item, ne? Cut and Run oder wie das heißt. Ja, natürlich. Das ist auch schon cool. Oder kleiner dann, wenn der zu Hush fliegt. Weil ich kein einziges Orbital hatte. Deswegen bin ich nicht zu Hush gegangen. Dann war mir der Safe... Safe... Mega-Satan-Kill lieber. Mit hier diesem Swallowed Penny oder so hätte ich's vielleicht auch gemacht. Weil jedes Mal, wenn du getroffen wärst, kriegst du ja wieder Münzen. Aber so... War mir ein bisschen zu risky. Dann hätt's gar nichts gegeben. Dann hast du so ein geiles Bild und machst halt gar nichts. War ein bisschen auf Safe gespielt. Aber hat's ja gelohnt. Mega-Satan ist down. Ja. Guck... Ich glaub's doch machen was. Ich guck immer da hoch, weil ich... Bei mir ist das genau oben gedreht. Deswegen guck ich da oben in die Ecke, ob da ein Itemraum ist. Deswegen guck ich da immer aus dem Bild raus. Och Mann. XL. Flosch. Flosch ist schon eine coole Seite, aber... Ja Irgendwas mit der mensch das kommt erscheint das platz auf dem erster oder so Glitterbombs wieder Wo gibt's das hallo itemräume normal jeder dritte vierte links hier Zweite mal jetzt schon Sehr coole Seite wie ich weiß ist auch ein gutes Damage ab eigentlich aber Reicht mir irgendwie nicht Wohl eigentlich hätte ich das machen sollen ne Das ist halt schon monster stark die fliege Naja Willst du machen jetzt ist es zu spät Es ist wie im Fußball Hier Situationsentscheidung ne wie nennt man das Tatsachenentscheidung Beim Schiri So was haben wir hier Ich probier's Ganz ehrlich das ist schon mal Finde ich ganz cool Ich probier's einfach mal Wenn's nix wird geht's morgen Abend weiter Okay Das geht Also Jetzt Aber In der Habe ich da mit vier Bomben hin? Das wäre schon interessant. Ich glaube schon, ne? Drei sogar. Keinen Schlüssel. Farrow. Es gibt Pretty Fly Spillen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Farben die hatte. Wir haben keinen Schlüssel mehr, kein Geld. Da brauche ich auch nicht darunter gehen. Es gibt Pretty Fly. Pretty Fly Pillen. Sehr wichtig. Und der Special Game Minion macht der. Kann der was Besonderes. Drei Schuss müsste ich den noch da oben halten können, oder? Nein. Heute nicht. Kein HP down, bitte. Danke. Danke für den Follow. Ach, das war's. Das ist schon so ein bisschen schärflich. Doch. Xoice. 666. Schöne drei, äh, Zahnen liegen dran. Kenn ich irgendwoher. Vielen Dank für den Follow. Ich hab' ich auch mal nicht verstanden, wann die explodieren, die Dinger hier. Also nach einer gewissen Zeit, ist klar, aber... So, jetzt noch der Stone in so einem blauen Steinchen. Ja, toll. Ich bin weg. War das Pretty Fly? Nein. Dann nutze ich's auch nicht. 100-Follower-Special. Keine Ahnung. Ja, das dauert noch ein bisschen. So viel sind's noch nicht. Aber ich stream' auch nicht so lange und hab' jetzt halt ewig Pause gemacht durch die Krankheit. Das ist halt sehr nervig. Da müssen noch ein paar dazukommen. Ich weiß gar nicht, wie es hat. 74, 75, sowas. Da läuft ja auch ganz gut mit Isaac, ne? Aber ich muss jetzt halt unbedingt auch wieder Skyrim in Final Fantasy spielen. Aber das hier ist halt ein bisschen entspannter als vorlesend. War das Pretty Fly? Nein, nein, das war auch keine Pretty Fly. So, jetzt schildet hier ist bitte. Oh, das wollte ich sogar nicht nehmen. Aber ich muss ja ein bisschen Gas geben. Ich will hier zu hasch. Obwohl, hasch ist, finde ich, leichter zu erreichen als der Boss Rush. Die müsste ich so gut nicht mehr machen. Da kann's nicht weitergehen. Und wir bekommen... Nee, das ist... Ist das eins oder zwei? Zwei wäre ja wieder eigentlich ganz cool, ne? Nee, ich will kein Laser Run. Das wäre nett. Ich kenne deinen Namen auch irgendwie. Entweder hast du schon mal zugeguckt. Ach, komm mal, schon wieder. Komm, machen wir noch mal. Schon wieder Airstrike on Demand. Wo ist denn der Boss da oben? Machen wir noch mal. Nein, du hast schon mal zugeguckt, ne? Oder du zockst aber auch Isaac. Ich meine, ich habe dich schon mal in der Liste gesehen, wenn ich geguckt habe, wer so alles Isaac streamt. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Der langhaarige Bombenleger. Ne? Auch sehr sympathisch. Deswegen habe ich es ja gehostet. Und gefollowed. Ein HP Up. Ja, komm, dann können wir ja hier was mitnehmen. Hm, aber das nicht. Meine Army waren, glaube ich, viele Leute oder so, ne? Trotzdem, vier nette Leute natürlich. So, was haben wir hier? Oh, Ausweichen ist angesagt. Nee, ich bin lieber das hier. So, hier unten. Boss, brauche ich mich vor allem. müssen. Oh, Jesus. So. Komm schon. Aufnehmen sollte man das trotzdem. Oh, ist der schnell. Ich konnte nix machen. Oh, tut mir leid. Ich konnte nix machen. So ist der Keeper. Aber, was sehr cool ist. Oh, das war falsch. Alles fertig. Außer Creed Mode. Was mit dem Keeper nicht ganz so dramatisch ist, weil da halt ein Haufen Münzen rumliegen, man sich immer wieder heilen kann. Und Hush. Und das schaffe ich morgen. Hab ich mal vor, zumindest. Und dann sind noch vielleicht sechs von den acht Items übrig. Die schreibe ich mir noch raus bis morgen Abend. Und dann mach ich sie morgen Abend. Das sieht sehr nice aus, ne? Ich weiß. Ich hab halt vor, ähm, ich mach aber ein bisschen YouTube. Und ich hab halt vor, einen zweiten 1001% Slot mit mir zu machen, damit ich das zwischen YouTube und Stream jetzt rennen kann. Wenn Afterburst Plus rauskommt. In 55 Tagen, sagt man so. Und dann, ähm, gucken wir mal weiter. Weißt du, bei denen hab ich ziemlich cool fand im Stream, dass die, ähm, dass du Mucke laufen lässt. Das kann ich auch machen. Aber da ich das Ganze für YouTube aufnehme, kann ich das dann für die YouTube-Aufnahme nicht mit reinschneiden. Ich muss halt separat aufnehmen, ist auch kein Problem. Aber dann sagen halt Leute, was ist das für ein Song? Oder die sagen, oh, geiles Lied, sing mit und so weiter. Und auf YouTube hörst du halt die Mucke nicht. Dann hörst du nur, wie ich singe oder mit den Leuten schwätze über die Mucke, die gerade läuft. Und sie läuft halt nicht. Und das ist scheiße. Ähm, deswegen will ich das trennen. Damit ich im Stream auch ein bisschen Mucke laufen lassen kann. Weil das fand ich bei dir ziemlich nice mit dieser, mit diesen Cookies und diesen, äh, diesen Playlists. War cool. Finde ich gut. Und da ich so ein bisschen deinen Musikgeschmack hab, bisschen härter vielleicht so insgesamt, bisschen Punkiker. Aber, ähm, nicht ganz so Classic Rock mäßig. Äh, find ich das trotzdem ganz geil. Deswegen mach ich das. Gut. So, ich bin jetzt im Bett. Ich war eine Woche krank, wie gesagt. Und ich muss jetzt schnell ins Bett, weil in vier, fünf Stunden wollen die Kids wieder raus. Nee, das mit YouTube offen, das stimmt nicht so ganz. Das stimmt nicht so ganz. Das wäre schön, wenn das so wäre. Das, dieses Urteil war nur, dass du, ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ja, das mit dem Urteil lest du euch mal selbst durch. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber du kannst nicht frei YouTube machen. Einfach Mucke reinschneiden und so weiter. Das nimmt dir keiner ab. Ähm, so, ich bin raus. Kommt noch ein kleiner Endscreen. Ich freu mich, falls ihr morgen Abend wieder einschaltet. Und ich guck jetzt mal, dass ich noch jemand hoste. Bleibt noch ein bisschen hier drin. Damit der Gute, den ich dann hoste, auch noch ein paar Leute hat. Vielleicht gefällt's euch ja, ne? Alles klar. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Kobinski. Tschüss. 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 Tunion. TUNE Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018